Hallo zusammen, mein Name ist Eli Simic und heute schauen wir uns den Fulda Crystal Control HP2 an. Das ist ein High-Performance-Winterreifen von Fulda. Mit diesem deutschen Unternehmen kann man sich sicher sein, dass man ein Qualitätsprodukt unter seinem Auto hat. Nach einem cleveren Fahrerprinzip, wie es Fulda selbst nennt, versuchen Sie, Sicherheit und Budget in einem Reifen zu vereinen. Und so wird der Reifen auch als gut in den Tests bewertet. Für eine exzellente Haftung auf Schnee sorgt die eigentwickelte Snowcatch-Technologie, die eine gute Traktion ermöglicht. Die Vollsilika-Lauflächemischung sorgt zusammen mit besonderer Hartz für eine reduzierte Profilsteifigkeit bei winterlachen Bedingungen, was so zu einer grösseren Reifenaufstandsfläche führt. Mehr Grip und bessere Fahrstabilität ist dafür das Ergebnis. Auch bei nassen Strassen sorgt das Profildesign mit einer breiten Profilrille für optimale Kontrolle und Sicherheit bei Accra-Planning. Und der Rollwiderstand wird durch die optimierte Konstruktion reduziert, was natürlich dem Spritverbrauch zugute kommt. Das EU-Reifen-Label ist beim Spritverbrauch, beim C, beim Nassfahrverhalten, beim B und er ist 72 Dezibel laut. Mein Fazit zu diesem Reifen, Preis- und Leistungsverhältnis, das stimmt einfach. Man bekommt wirklich für diesen Budgetpreis schon fast einen Premium-Reifen über, der vor allem im Winter überzeugen kann. Falls du jetzt noch Fragen hast, dann kannst du gerne jederzeit unseren Experten von ePneu anrufen oder eine E-Mail schreiben. Sie helfen dir gerne weiter. Ansonsten abonnier unseren Kanal, hinterlässt uns einen Kommentar und gib uns am besten gleich noch ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Video.